So, da sind wir auch schon. Ja, wundert euch nicht. Folgendes. Ich habe gerade schon ungefähr eine Stunde aufgenommen und ja, was soll ich sagen, ich habe meine Shortpiece für die Aufnahme. F3, F4, Startenaufnahme beenden und ich hatte auf F1 und F2 immer pausieren und fortsetzen. Was schlimm ist, hier in Hitman ist auf F1 so eine Missionsübersicht und als ich da das erste Mal rein wollte, ja, da habe ich die Aufnahme pausiert und habe leider nicht dran gedacht, dass ich sie ja pausiert habe, dass ich da ja was drauf zu liegen habe. Deswegen, ich habe den ganzen Prolog schon durchgespielt. Ja, deswegen wird das jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen schneller gehen. So, willkommen zu den Agentenprogrammen. Ja, moin. Na, aber gerne doch. Äh, hier habe ich mich doch erst mal richtig hart erschrocken, als die angegangen sind. Äh, ja, deswegen. Wir gehen erst mal rein. So, ich kann den Cut ziehen. Genau, Tür geht auf und da steht... Majestic, nicht wahr? Ich bin Diana. Ich bin Diana. Ich werde dich in deinen Quarters nehmen. Someone likes to keep secrets. Secrets sind unsere Stock und Träte. Beside, aus dem ich hören, du hast ein paar von deinen eigenen. Ich bin nicht wie du, in case du fragst. Ich bin in der Handler-Programm. Agents und Handlers arbeiten in Unity. Du kennst das Wort. Know your enemy? Well, das Teil ist mein Job. Knowing your enemy ist nur halb der Begründung. Ich weiß. Du musst auch selbst wissen. Ich arbeite über das. Ich habe das Buch geschrieben. Impressive Arbeit. Partlich Textbook, aber ich denke, Fieldwork nie ist. Sag mir, was es fühlt sich, wie es fühlt sich, um Leben zu nehmen? Random. Disordered. Ist das, warum du hierher kamst? Warum du uns testestestest? Vielleicht bin ich nicht der einzige, der sich testestest. Um 0600 Stunden. Heißt auf Deutsch, um 6 Uhr morgens. Das ist mein Name. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a Handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Sehr schön. Wir waren im Krankenhaus. Welcome to advanced mission training. Joa, moin. This operation originally took place in Sydney. Okay. The target was Calvin Ritter. Infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht. Isolate and eliminate your target and exfiltrate. Macht er. All without arousing suspicion. Kein Problem. And remember, as an ICA-Agent, you are the most dangerous person in any room. Natürlich. But blunt force will get you nowhere in this business. Überhaupt nicht. And a true assassin never calls attention to himself. So sieht's aus. Good luck, initiate. Ich brauch kein Glück. Ich hab's bereits gemacht. Alles klar. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. So, da ist die Zielperson. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Habe ich bereits getan. Der ist da oben. Da oben, der rote. Das ist unser Ziel. So. Kann ich schon irgendwas anderes vorwegnehmen? Nö. Wir sollen jetzt hier hingehen. Where do you think you're going? You're not coming through here. Genau. As suspected. Security won't allow you on board in your current outfit. We should avoid confrontation and look for another way in. Dann sollen wir einmal hier rüber. Zack. Und den sollen wir jetzt aus dem Weg rühren. Hm. Der Mechanik is in your way. Sneak up and subdue him quietly. So. Mit Crew überwälkigen wir den. Easy, easy. Dann soll ich mich verkleiden. Genau. Ja. So. Das ist meine Verkleidung. Das ist der erste. Es könnte nur arbeiten, aber. Die Leute tenden, die Uniforme sehen, nicht Fächer. Sei auch aufmerksam. Some Menschen sind mehr observant als andere. Nicht schlecht, der Initiator. Ich soll den jetzt hier... äh, verstecken. Hier ist nämlich ein Schrank drin, wenn ich mich richtig erinnere. So, äh, geh. Zack. Reiner mit dir. Heit. Und, tut. So, lass mir raus hier. Genau. Hier liegt nochmal das gleiche wie eben gerade. Das ist unsere ehemalige, der taktische Rollkragenpullover. So, und jetzt können wir hier durch den Loading Bay rein, speichern und laden. Genau. Äh, speichern. Hier sieht man noch. Äh, ich hab schon ein bisschen gespielt. Ne? Äh, heute 3.07 Uhr. Ich bin mal wieder sehr gut bei. So, bestätigen. Ich hab aber auch nur den Prolog gespielt. Da, Loading Bay. This particular Uniform should get you access through the staff entrance. Ich bin ganz normal. Aufpasser, genau. Äh, wenn die da so'n, so'n, äh, wie heißt die Farbe nochmal? Weiß. So'n weißen Punkt über den Kopf haben, dann sind das so'ne Aufpasser, so'ne Weißungsberechtigten, sowas in der Art. Halt, die kennen ihre, die kennen ihre Männer, also, bei denen hilft die, äh, bei denen hilft die Verkleidung dann auch nicht. Ein Aufpasser. Genau. Natürlich. Jupp, ist er auch. So, dann gehen wir mal hin zu ihm. Wir sollen ihm nämlich jetzt folgen. Wie gesagt, die mit dem, äh, weißen Punkt über den Kopf, die können uns, äh, die können uns entlarven, also, ne? Die wissen, dass wir nicht zu der Crew gehören. So, das ist unsere Zielperson. So, auf gut Deutsch, der will uns nicht durchlassen, weil wir alten Mechaniker sind. Da oben haben wir nix verloren. Hey, was ist denn? Äh, jetzt brauchen wir eine neue Verkleidung. Und die kriegen wir hier. Webkoch. So, geht die Tür nicht von allein dazu? So, wir sollen jetzt die Schraubzwinge ihm gegen den Kopf schmeißen. Das ist gar nicht so schwer. Ich nehme das Ding. Ich ziehe mit der linken Maustaste und ich schmeiße ihm das Ding auf die Nase. Well, das kann ich einen Mark verlassen. So. Einmal umziehen, dann wieder verstecken. So, da drinnen kann er erstmal ein bisschen frieren. Ihr könnt den Schraubschlüssel jetzt wieder mitnehmen. Brauche ich aber nicht. So, gucken, wer uns entlarven könnte, die beiden. Gut, ansonsten können wir hier jetzt die Treppe hoch. Ja, alles schick. Genau. Genau, jetzt sollen wir hinter der Bar untertauchen. Gibt so mehrere, äh, Standorte, so mehrere Interaktionsobjekte, wo man dann so untertauchen kann. Wie zum Beispiel hinter der Bar als Barkeeper. Oder als, was weiß ich. Ich hab noch nichts anderes gesehen. So, und das ist der, mit dem er sich treffen will, der Norkov. Schicke Anzug. Norfolk. Norfolk. So gut für Sie jetzt fliehen. Wie zum Beispiel. Kann ich dir eine Brin? Oh, nein, danke dir. Nein. Äh, nicht vor 6 Uhr. Meine Frau ist sehr tief in das Verhalten. Nein. Meine sympathie. Also, gut. Ich habe die Computer in meinem Haus. Können wir? Ja, bitte. Gehen wir den Weg. Schönes Gefühl. So, wir folgen denen jetzt einfach mal. Lassen mal ein bisschen Platz dazwischen. So, die gehen jetzt da rein. So, wir kommen da nicht rein. Jetzt sollen wir hier rein. So, mit X gehen wir hier rüber. Zack, zack. So, jetzt schleichen wir automatisch. Wir sind hier in die Deckung gegangen. Jetzt sollen wir das Meeting beobachten, belauschen. Ich warte. 50 Jahre vor der Zeit, vielleicht noch mehr, vielleicht 75 oder 100. Ich, ich, ich nicht meine, zu gestern. Aber wer, der erst mit diesem Reaktor zu verkaufen will, wird der Herr der Welt! Genau, so, die müssen wir jetzt auswählen und jetzt soll ich ihm den Kopfschuss verpassen. So, easy peasy. Ja, das war dann eigentlich schon. Der rote Auto markt deinen Exfiltrationpunkt. Einfach den Button und du bist in der Klinik. So, ha, nicht so viel rauchen, Kadett. Grüß Gott, Mariner. So, dann laufen wir zum Auto und dann haben wir die erste Mission sogar schon geschafft. War jetzt natürlich mehr als easy. Äh, wart doch beim ersten Mal. Problemlos. Advanced Mission Training complete. Und, may I say, elegantly done initiate. Danke, danke. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Und ich erst. So, dat war, dat war, jo, easy. Erstmal ne Waffe zusammenbauen. Und, wie du wissen? Ich habe gesagt, er hat Talent. Seine Stats sind auf die Charts. Such Skills und Reflexes. Sie können nur die Resulten der Vorbereitung vorhanden. Power wie das, mit kein Moral Restein. Er könnte gefährlich sein. Ich dachte, das war eher der Punkt, Sir. Alle Agents haben Weak Spots, Miss Burnwood. Pressure Points, um sie zu halten. Aber dieser... Vielleicht wäre es besser, einfach nur... Gib mir eine Chance, Sir. Gib ihm eine Chance. Ich nehme die ganze Verantwortung. Sehr gut. Es ist dein Show. Ist klar, wir kriegen unsere Chance. So. Willkommen zurück, Initiator. Dat kennen wir. Als ICA-Agent. Jeder Herausforderung, die du bekommst, kann in diversen Fällen übernommen werden. Veröffentliche dieses Übungen wieder. Diesmal attacken sie aus einem anderen Angeln. Variere deine Strategie. Improvisiere. Wir werden sehen. Ich improvisiere. So. Preistraining. Ja, ja, ja. So. Was hier zu tun ist, weiß ich auch noch. Das habe ich das erste Mal gemacht. Dann noch das. Als Wachmann verkleidet. Und das auch. Genau. Das hier im Schrank versteckt. Und ich habe ihn umgebracht mit einer Klavierseite. So. Diesmal will ich aber was anderes machen. So. Erstmal nehmen wir das alles mit. Zwei Münzen. Eine Blendgranate. Ein Dietrich. Und ein Fernzünder. So. Hier liegt Munition und Gewehre rum. Die brauchen wir aber nicht. Wir wollen ja kein Aufsehen erregen, ne? So. Ich habe folgenden Plan. Ja. Da ich mich schon als Wache hier mal ausgegeben habe. Mache ich das jetzt hier. So. Zack. Erstmal wieder überwältigen. Dann ziehe ich mich wieder um. So. Dann nehme ich den wieder. So. Und pack ihn hier rein. Mal ein bisschen. Ein bisschen schnell durchlaufen hier. So. Hiervon brauchen wir nichts weiter. So. Moin. Moin. Ich weiß nicht. Kann ich den jetzt einfach umlegen? Ne. Ich glaube nicht. So. Dann gehen wir hoch hier. So. Gucken. Okay. Alles schick. So. Folgendes. Ich gehe jetzt schon hier rein. Mal wieder zu. Dann nehme ich dich. Was? Bedrohung wissen? Jemand hat sie bemerkt. Wie das denn? Wie mich hat jemand gemerkt? Wie mich hat jemand gemerkt? Ich hatte hier keiner bemerkt. Achso. Der hat mich bemerkt. So. Umziehen. Ziehen. Und verstecken. Ich habe schon in etwa einen Plan. Auf. Geh doch mal weg. Grüß dir. Hier. So. Das ist hier. Impressiv. Pass auf. So. Jetzt sind wir ja auf dem Deck wo wir den irgendwann hier da und so ne. So. Der dürfte ja jetzt hier hoch gehen. Was ich aber machen will ist die Dinger irgendwie lösen. Unfälle. Genau. Sie können die Rettungsinsel auf das darunter dreck. Äh. Indem sie eine Brechstange benutzen oder eine Explosion auslösen. Okay. Habe ich verstanden. So. Ist natürlich jetzt ein bisschen belastend, dass der Vogel gerade da ist. So. Explosives Gerät verbotenes Objekt. Ist doch nichts. Huu. Da hat er dann fast gesehen. Der Sau sagt der. Da ist die Brechstange. Vielleicht die auch verstecken. ok da die sie hiermit kann ich fliehen die mission beenden ok jetzt werden wir halt in der theorie mit dem helikopter geflohen das ist natürlich nur ein holz oder helikopter weiß jetzt nicht was genau so jetzt habe ich halt das noch gemacht hätte ich noch irgendwas zusätzlich machen können das hier da muss man eine waffe planten damit man damit eine wache das findet warum auch immer hier muss man sich als der typ mit dem er sich treffen will dieser lokal oder wie jetzt anziehen das ist ratten gift finden das ist eine uniform finden also die uniform finden die einfach rum liegt das ist den mit ratten gift vergiften das ist mit dem generator eine wache ablenken das ist den typen hier explodieren lassen und das ist ihm zu ertränken ja da das halt im schrank verstecken das ist einfach nur in deckung ach nee das ist hier münze mit der münze eine wache ablenken das habe ich halt im ersten run gemacht und das ist mit einer wachuniform die wachen hier täuschen ja sehr schön so vorher habe ich hier irgendwie zwölf minuten oder so gebraucht okay so wir lassen das mal fix durchlaufen spurloser ICA keller hat er drauf so weiter mission absolut wird abschlussprüfung bitte jetzt got word romania was a dead end you're saying that he lied place is real enough deserted but we found no trace that your man was ever there or anyone else for that matter someone erased his steps hmm we'll keep digging of course but frankly it's as if the earth just spat him out are you still determined does it matter i was told there'll be no second chances don't believe everything you hear miss burnwood my decision stands very well i'll be watching okay absolute final test is based on an authentic 1979 mission the high point of training director soda's career as an active agent the target was jasper knight a famous us chess master exposed as a soviet spy so does caught up with night at a military airfield in cuba and eliminated him against all odds this will be your objective as well now listen carefully ICA exams aren't normally this difficult not only was the airfield a virtual fortress but he even added additional guards sodas wants you to fail he considers you a threat and this way your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows well if he thinks we're bowing out he is sorely mistaken good luck initiate alles klar so geheimdienstdaten sie haben infos entdeckt egal ob bla 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 drücken sie f1 genau und als ich das gemacht habe muss ich wohl irgendwie die aufnahme gestoppt haben aber wenn ich jetzt f1 drück ist alles schick so trainingsdirektor so das plan bla 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 genau gilt als bester ic killer seiner zeit sicherheitsrisiko regeln für ihren abschluss test seinen legendären einsatz aus 79 verschärft dabei übertreffend wäre das wohl ausgleichende gerechtigkeit okay so was wir machen sollen ist jaspers jasper night eliminieren der ist da hinten irgendwo so na hörst du mich bitte auf der entdeckung zu gehen so wir schleichen ja sowieso schon so was wir machen können ist hier die wachen belauschen genau eingabe so anleitung der story mission folgen f1 jasper night is leaving cuba on a soviet fighter jet but first he needs to test the jet safety features huh say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism you could presumably get night to trigger his own demise hmm that might just work genau also wir wollen prinzipiell einfach nur die sicherheitsmaßnahmen mit dem mit dem hier neid durchgehen und vorher schauen wir ein bisschen am schleudersitz rum und dann soll er damit wohl einmal losfliegen so weit so gut verkleiden sie sich als wachmann ist unser erstes ziel story mission als leitfaden bieten ihren wegpunkte zur zeit aktiv oder kleinste hinweis an den sie sich orientieren können wenn auch abgestellt werden belassen hat mal so was ich jetzt machen will ist erst mal hier rüber klettern alle hopper so dann schleichen wir uns hier hin neben eine von diesen wundervollen münzen einfach so rumliegen haben die sogar schon ausgerüstet den typen werden wir jetzt hier hinten hinten locken stecke ich die münze weg und dann gehen wir hinter ihm her und zack überwägen und so einmal bitte umziehen dann einmal beziehen und g fürs beseitigen wenn die gäste gar nicht da das sein waffe das unsere münze mit so seine waffe brauchen wir nicht wir haben wir unsere eigene so dass wieder so ein blut der uns erkennen würde deswegen gehen wir hier durch so steh auf hier sind radio da kann man wahrscheinlich nutzen um irgendwen abzulenken brauchen wir aber eigentlich nicht so wir müssen nur hinter dem her laufen damit er uns sie sieht bei der weiß dass wir nicht zu seiner crew gehören so jetzt sollen wir uns das sicherheitsprotokoll des jets und gucken die sind da ein bisschen am rum rum lässt dann so wir gucken uns das ding an sehen wir müssen mechaniker sein dafür also holen wir uns eine mechaniker verkleidung und hier steht ein mechaniker hinter so den überwältigen wir dann auch gleich mal wieder ein bisschen kuhspam einmal umziehen man kann auch das genick brechen aber es gibt dann glaube ich minus punkte bei der gesamtwertung wenn man non target also leute die nicht das ziel sind eliminiert deswegen lassen wir das mal schön bleiben so aktivieren sie den schleudersitz da vorne ist ein gut der uns wieder erkennen würde wahrscheinlich keine ahnung irgendwie abteilungsleiter oder so so dass der schleudersitz wir brauchen die dafür nehme ich mir mal und dann schraube ich hier so ein bisschen dran rum weiß man nicht ob dazu funken sollte aber sehr egal ist doch die mission genutzt ist doch die mission enden vor dem eigentlichen todesstoß die falle ist gestellt und sie jetzt die jasper neid und leiten sie ihn durch die prozedur alles gut bei ihm so jetzt wollen wir den jasper neid warte mal kurz ist doch ein bisschen ja das habe ich schon gemacht so schachten da gibt noch so zwei drei mehr aber ich mache jetzt einfach mal das weil ist nur der prolog also der ist eigentlich fertig jetzt müssten wir den typen eigentlich holen ich gehe mal hin zu ihm und holen ihn mal um die kurze gurm mit ihm zu machen zack grüßt ihr ansprechen jasper neid we gotta go over the safetyprotokoll follow me please ach must we really yes we must so öffnen komm mit dem vogel sonst christelle oder kugel je nachdem so mit dem gehen wir jetzt einfach darunter und dann sagen wir ihm was er zu tun hat da ist noch irgendein kommandant drin mit dem projektor kann man noch irgendwie sachen machen ich auch danke danke so bloß der typ darf uns nicht sehen wie gesagt er weiß dass wir nicht wir sind das ist eine interessante spitze hier sieht aus wie ein geschoss so warten wir mal kurz bis er da ist so ok mr knight climb in the cockpit please genau steigt mal schön denn ja ein schritt nach mal ja habe ich gerade gesagt so er sitzt step one strap yourself in da kommen ansteuern kann es so schwer sein sehr schön step two look at the ejector seat hand na just a moment yes found it so you should step three pull the ejector seat handle right here it goes pull alles klar dann hätte ich mal kurz ein exit gut grüß dich so kann ich noch irgendwo anders aus scheint nicht so gut so der hat jetzt auch keine ahnung mehr dort wenig wir sind weil der kennt sich ja richtig kalt vollding mit platz weil er kennt sich ja nur mit seinen militär leuten aus also die die waffe tragen und so ja wir haben jetzt einfach mal rein so schöne schicht noch wir fahren mit unserem mercedes verschnitt los oder ist das mercedes verschnitt alles klar alles klar ja weiter so hat dazu gekommen ist kaum weil wir keine großen herausforderungen abgeschlossen haben das ist ja ja und ja ich hoffe du kennst das was gerade gemacht du hast du hast du hast du hast du hast Jetzt raus aus meiner Sicht. So, was passiert jetzt? Du gehst zurück in die Welt. Disseppierst, stay auf dein eigenes Leben und auf dem Weg. Wenn wir dich brauchen, wir kontaktieren. Und so ist es. Er hat seine Hand gespielt, und er hat verloren. Er kann uns nicht mehr touchieren. Ich kann nicht glauben, dass wir ihn in seine eigene Spiel verletzten. Wenn du kennst, dein Schatz bist. Ganz genau. Ich sollte dir sagen, die Trauer ist tot, nach Rumänien. Unsere Team haben keine Rekord, keine Namen, nichts. Ich glaube, sie haben mich 47. Das ist kein Name. Also, es ist ein. Okay. Agent 47. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Your actions have changed the world Powerful men have fallen by your hand But by the same token, others have risen Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world I have seen the consequences I have felt the cost That's what defines me I live in that world 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 Bis zum nächsten Mal.